Hallo, mein Name ist Christian Niederhofer. Ich bin bei MicroEpsilon verantwortlich für die induktiven Wegsensoren, die Sie hier in diesem Aufbau sehen. Mit den induktiven Sensoren bieten wir die Möglichkeit, zahlreiche Applikationen mit hoher Präzision zu lösen. Die in diesem Demo verwendete neue Controller-Generation ist als Ein- oder Mehrkanalvariante erhältlich und bietet neben den etablierten analogen Ausgängen auch eine digitale Schnittstelle. Diese kann zur softwareseitigen Parametrierung durch unser kostenloses Sensortool, aber auch zur Datenausgabe über Feldbutze wie Ethernet-IP oder Profinet verwendet werden. Durch die praktischen Rückwandverbinder kann man so viele Kanäle bündeln, was den Vertrahtungsaufwand im Schaltschrank signifikant verringert. Die Sensoren sind mit Stößel, Rückstellfeder und Targetring erhältlich. Das neue Programm ist absolut industrietauglich und bewährt sich Tag für Tag in rauen Umgebungsbedingungen, aber auch in einfachen industriellen Messaufgaben. Für besondere Anforderungen und Serienanwendungen modifizieren wir auch gerne Sensoren nach Ihren Wünschen. So sind angepasste Sensorbauformen möglich, die dann ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Applikationen bieten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie einen Beratungstermin oder eine Produktvorführung wünschen.